Deutsch lernen durch Hören Auto im Reisezug Lisa und Fred sind aufgeregt. Heute geht es in den Urlaub. Sie wollen nach Spanien fahren. Ihr Auto möchten Sie mitnehmen. Aber Sie wollen die lange Strecke nicht auf der Autobahn im Stau verbringen. Also haben Sie sich entschieden, mit dem Zug zu fahren. Das Auto können Sie trotzdem dabei haben. Die Bahn bietet nämlich einen Autoreisezug an. Hier wird das Auto auf einen Extrawaggon geladen. Er wird an den Zug angehängt, mit dem auch Lisa und Fred reisen. Sie fahren mit dem Auto zum Bahnhof. Schau mal, da ist der Parkplatz für den Autoreisezug, sagt Lisa. Fred steuert das Auto auf den Parkplatz. Ein Mitarbeiter der Bahn wartet schon auf Sie. Bitte geben Sie mir den Schlüssel. Ich fahre das Auto für Sie auf den Waggon. Fred und Lisa gehen nun zum Bahnsteig. Als der Zug kommt, steigen Sie ein und suchen Ihre Plätze. Fred ist besorgt. Hoffentlich geht alles gut. Ich möchte keine Kratzer oder Beulen an unserem Auto. Als Sie in Barcelona angekommen sind, müssen Sie erst nach dem Ort suchen, an dem Sie das Auto wieder abholen können. Es dauert eine Weile, bis Sie den Wagen wiederbekommen. Er muss erst entladen werden. Endlich wird Ihre Abholnummer auf einem Display angezeigt. Sie bekommen den Schlüssel wieder. Dann können Sie Ihr Auto vom Parkplatz abholen. Fred geht um den ganzen Wagen herum und prüft sorgfältig den Lack. Gott sei Dank, es ist nichts passiert. Lisa muss lachen. Wenn du dir über mich genauso viel Gedanken machen würdest wie über das Auto, dann hättest du gestern schon bemerkt, dass ich eine neue Frisur habe. Jetzt lachen beide und freuen sich auf einen schönen Urlaub. Ich will eine Gehaltserhöhung. Elisa arbeitet jetzt schon seit drei Jahren bei ihrer Firma. Der Job macht ihr viel Spaß, aber sie hätte gern mehr Geld. Sie kann fast nichts sparen. Deshalb hat sie beschlossen, dass sie ihren Chef um eine Gehaltserhöhung bitten wird. Aber sie hat große Angst davor. Was, wenn ihr Chef Nein sagt? Verliert sie dann ihren Job? Sie hat noch nie zuvor um eine Gehaltserhöhung gebeten. Deshalb fragt sie ihren Freund Julian, ob er ihr helfen kann. Er hatte schon mehrere Jobs und verdient viel Geld. Er weiß genau, wie man um eine Gehaltserhöhung bittet. Zusammen machen sie einen Plan. Am nächsten Tag kommt Elisas Chef auf sie zu. Können Sie heute einmal in mein Büro kommen? Ich würde gerne mit Ihnen reden. Das war Elisas Chance. Nach dem Mittagessen geht sie zu ihm. Ich wollte auch mit Ihnen reden, sagt sie zu ihrem Chef. Darf ich anfangen? Er nickt. Ich arbeite jetzt seit drei Jahren bei Ihnen und habe in dieser Zeit viel gelernt. Ich bin sehr viel besser in diesem Job als am Anfang. Ich habe auch ein paar Fortbildungen gemacht. In den nächsten drei Minuten erklärt Elisa, wie sie die Firma verbessert hat. Dann läutet auf einmal das Telefon. Ich muss kurz telefonieren, sagt der Chef. Er geht aus dem Raum und kommt nach einer Minute wieder zurück. Elisa ist sehr nervös und kann sich nicht mehr erinnern, was sie sagen wollte. Gut, wo waren wir? Ah ja, ich wollte Ihnen eine Gehaltserhöhung anbieten. Sie ist geschockt. Ihr Chef wollte das heute sowieso machen. Sie haben recht mit allem, was sie gesagt haben. Deswegen verdienen sie mehr Geld. Elisa ist überglücklich. Ihr Chef bietet ihr sogar mehr Geld an, als sie haben wollte. Sie hat sich umsonst Sorgen gemacht. Erfindungen Markus ist schon sein ganzes Leben lang an den Wissenschaften interessiert. Chemie, Biologie und Physik sind seine Lieblingsthemen. Gespannt sitzt er im Klassenzimmer und hört zu, wie die Lehrerin von den vielen Erfindungen erzählt, die Menschen gemacht haben. Heinrich Göbel hat die Glühbirne erfunden. Marie Curie hat die Radioaktivität entdeckt. Und Johannes Gutenberg hat eine Maschine für den Druck von Büchern erfunden. Das sind seine Vorbilder. Er will so sein wie sie. Er will großartige Maschinen erfinden und bauen, die der Menschheit helfen. Warum machst du es nicht schon heute? Fragt seine Lehrerin. Markus denkt den ganzen Tag lang über diese Frage nach. Sie hat recht. Also überlegt er zu Hause, was er erfinden kann. Ein Kissen, das in der Nacht automatisch kalt ist? Eine Rakete, die bis zum Saturn fliegt? Eine Maschine, die ihm jeden Morgen seine Hose anzieht? Markus denkt nach, zeichnet seine Ideen auf ein Blatt Papier und wirft sie dann wieder weg. Ihm fällt nichts ein. Nach ein paar Stunden kommt seine Mutter in das Zimmer. Markus, bitte füttere die Katze, sagt sie. Markus seufzt. Er geht in die Küche und füttert die Katze, die bereits neben dem Futternapf auf ihr Futter wartet. Plötzlich hat er eine Idee. Er läuft in sein Zimmer und schreibt die Idee auf. Am nächsten Tag nach der Schule sammelt er alle Dinge, die er für seine Erfindung braucht. Er sägt, schraubt und klebt. Am Abend ist seine Erfindung fertig. Stolz schreit er, Mama, schau, es ist fertig. Markus setzt seine Katze vor die Maschine. Sie geht zum leeren Futternapf am Boden und riecht daran. Plötzlich fällt von oben Katzenfutter in den Futternapf. Die Erfindung ist eine Plastikflasche und ein Arm, der jede Stunde etwas Futter in den Futternapf fallen lässt. So muss er es nicht mehr selbst machen. Markus' Mutter ist sehr begeistert und auch die Katze freut sich über diese Erfindung. Bens neue Wohnung Ben freut sich sehr. Heute zieht er um. Seine Dinge sind in Kisten im Auto. Ich fahre. Ben, kommst du endlich? schreie ich aus dem Fenster. Ja, ja, ich bin schon da, sagt er und steigt in das Auto ein. Wir fahren los. Während der Autofahrt redet Ben ohne Pause. Ich weiß, dass er nervös ist. Er erzählt mir von seinen neuen Möbeln. Er hat sie in einem kleinen Geschäft in der Stadt gekauft. Seine Oma hat ihm Geschirr geschenkt. Außerdem braucht er noch ein paar Dokumente. Das hat früher immer seine Mama gemacht. Jetzt muss er es selbst machen. Ich parke das Auto neben einer großen Mülltonne. Ben will die Kisten in die Wohnung tragen. Warte, sage ich. Er weiß nicht, dass ich eine Überraschung für ihn habe. Wir gehen in die Wohnung, wo seine ganze Familie und Freunde auf ihn warten. Was? fragt Ben. Wir sind hier, um dir zu helfen, sagt Bens Vater. Ben freut sich sehr. Alle Helfer tragen die Kisten in die Wohnung, putzen den Boden und die Küche und bauen die Möbel auf. Es dauert zwei Stunden lang. Dann sind sie fertig. Er bestellt ein paar Pizzen, um sich bei seiner Familie und seinen Freunden für die Hilfe zu bedanken. Die Wohnung ist nicht mehr leer. Ich fühle mich schon wie zu Hause, sagt Ben. Ich bin froh, dass wir die Kisten nicht allein tragen mussten. In diesem Moment klopft jemand an die Tür. Die Pizzen sind da, schreibt Bens kleiner Bruder aufgeregt. Da muss ich lachen. Radio-Sendung Psst, seid leise, sagt Papa. Er sitzt in dem großen Stuhl im Wohnzimmer. Das Radio steht neben ihm auf dem kleinen Tisch. Papa dreht lauter. Herzlich willkommen zu den deutschen Nachrichten. Gestern Abend ist Michael Müller, ein sehr bekannter Sänger, aus dem dritten Stock gefallen. Er ist im Krankenhaus und wird heute operiert. Unser Reporter Daniel Schmidt ist vor dem Krankenhaus und... Warum hörst du immer diese negativen Nachrichten, fragt Mama. Es ist nie etwas Positives dabei. Lisa sitzt auf dem Teppich vor Papas Stuhl. Mama hat recht, sagt sie. In den Nachrichten erzählen sie immer nur von den schlechten Dingen. Heute ist bestimmt auch etwas Gutes passiert. Papa seufzt. Okay, dann hören wir eine andere Radiosendung. Dann, antwortet er und dreht den Knopf am Radio. Eine Männerstimme sagt, und jetzt hören sie das neue Lied von Michael Müller. Gute Besserung an den bekannten Sänger. Man hört eine Flöte und ein Klavier. Der Sänger singt. Papa hält sich die Ohren zu. Oh mein Gott, sagt er und zieht die Augenbrauen zusammen. Schnell schaltet er wieder um. Das Lied hört auf. Eine Frau sagt, hier ist Radiosender Nummer 4. Heute ist Gertis Geburtstag. Gerti, deine Freundin Melanie, wünscht dir alles Gute. Ich erinnere mich an meinen Geburtstag letzte Woche. Ich habe leckeren Kuchen gegessen und... Papa schaltet das Radio aus. Lisa hat eine Idee. Am nächsten Tag sitzt Papa wieder auf seinem Stuhl und schaltet das Radio ein. Lisa sitzt wieder auf dem Teppich. Sie ist aufgeregt. Papa, kannst du bitte wieder den Radiosender Nummer 4 einschalten? fragt sie nervös. Papa nickt. Die Frau von gestern spricht. Lisa hat uns eine Nachricht für ihren Papa geschickt. Hallo Papa, hier ein paar gute Nachrichten. Heute hat Mama einen Kuchen gebacken, weil du ihr so schöne Blumen geschenkt hast. Bitte schenke Mama öfters Blumen. Die Frau lacht. Na, das sind wirklich gute Nachrichten. Das nächste Lied ist für Lisa und ihre Eltern, sagt sie. Lisa und ihr Papa sehen sich an und lachen, bis ihnen der Bauch weh tut. Bettina sitzt im Flugzeug. Sie fliegt von New York nach London. Dort trifft sie Männer und Frauen in Anzügen, um über ihr neues Projekt zu reden. Ihr gehört ein Unternehmen und sie arbeitet auf der ganzen Welt. Das heißt, dass sie fast immer auf Geschäftsreisen ist. Nach dem Meeting knurrt ihr Magen. Sie hat Hunger. Es geht aber schon wieder weiter. Sie steigt in das Taxi und fährt zum Flughafen, um von London nach Berlin zu fliegen. Ihr Assistent holt ihr während des Meetings in Berlin ein Sandwich aus dem Supermarkt. Dankbar ist sie es im Taxi. Es ist bereits 23 Uhr abends und sie fahren zum Hotel. Dort kann Bettina fünf Stunden lang schlafen, bevor es wieder weitergeht. Dieses Leben ist sehr anstrengend. Sie ist immer unterwegs. Alle ihre Sachen passen in einen kleinen Koffer. Ihre Familie sieht sie auch nur ein paar Mal im Jahr. Das ist der Preis, den sie für ihren Erfolg zahlen muss. Am Morgen sitzt sie wieder im Flugzeug von Berlin nach Moskau. Dort baut sie gerade eine neue Fabrik. Auf dem Weg zur Fabrik bekommt sie einen Anruf. Es ist ihr Sohn. Hallo Schatz, sagt sie. Warst du beim Friseur? Der Junge ist etwas genervt und antwortet, Ja, Mama, das war bereits letzte Woche. Wenn du bei mir wärst, hättest du es früher gesehen. Bettina ist traurig. Sie möchte bei ihren Kindern sein. Sie möchte aber auch, dass ihr Unternehmen erfolgreich ist. Nach dem Telefongespräch macht sie ein paar weitere Anrufe. Morgen fliegt sie wieder nach Hause zu ihrer Familie und bleibt zwei Wochen lang dort. Sie braucht eine Pause von den vielen Geschäftsreisen. Sie weiß, dass es die richtige Zeit ist. Du bist so wild wie das Meer So stürmisch wie der Wind Du bist einfach unglaublich Und manchmal wie ein Kind Du bist wie ein Regenbogen So facettenreich Manchmal wie Blitz und Donner Und an der Sonne gleicht Das bist du Das bist immer wieder du Das bist du Du bist ohne Rass und Ruh Das bist du Wirst mein Leben so entschwunden Das bist du Das bist du Denn das macht dich eben auch Das bist du 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 Du bist ohne Rass und Ruh Das bist du Das bist du, du bist mein Leben so entschwunden, das bist du, du bist unsere Liebe, du bist du, das bist du. Das bist du, das bist du, das bist du. Das bist du, das bist du. Das bist du, das bist du, das bist du. Das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Ich fange an. Mein Name ist Frau Bach. Ich lebe in Blumendorf, bin 37 Jahre alt und spiele in meiner Freizeit gerne Tennis. Sie zeigt mit der Hand auf den Schüler ganz vorne in der ersten Reihe. Er stellt sich vor. Ich spiele weiter mit meinem Stift und höre zu. Dann bin ich dran. Ich heiße Konstantin. Ich bin 15 Jahre alt und lebe auch in Blumendorf. Meine Hobbys sind Lesen, Fußballspielen und ich treffe mich gerne mit meinen Freunden. Als nächstes ist das Mädchen neben mir dran. Sie hat schöne rote Haare und braune Augen. Ich kenne sie aber nicht. Hallo, mein Name ist Carla. Ich bin 13 Jahre alt. Nächste Woche ist mein Geburtstag. Ich lese gerne und spiele oft Videospiele. Ach ja, und ich komme aus Hamburg. Aber seit zwei Monaten lebe ich in Blumendorf, sagt sie. Die Glocke läutet. Die Pause fängt an. Die Lehrerin geht aus dem Raum raus und alle Schüler stehen auf. Danke, sage ich zu Carla. Sie ist verwirrt. Wofür? fragt sie. Danke, dass du meinen Stift aufgehoben hast, erkläre ich. Wir reden die ganze Pause lang über unsere Lieblingsbücher. Willkommen in Blumendorf, sage ich am Schluss. Carla lächelt. Danke, antwortet sie. Ich hoffe nur, ich finde bald Freunde. Du hast schon einen, sage ich und lächle. Das will ich haben, sagt Peter und geht zur Kasse, um das T-Shirt zu bezahlen. Er hat bereits drei Tüten voll mit verschiedenen Dingen in der Hand. Uwe gefällt das T-Shirt auch, aber er kauft es nicht. Die Freunde gehen weiter. Sie sind in einem Einkaufszentrum. Hier gibt es viele Geschäfte. Man kann hier alles kaufen. Von Kleidung über Spielsachen bis Lebensmittel. Sie sehen ein Geschäft, das bunte Krawatten verkauft. Das ist perfekt für die Hochzeit meiner Schwester, sagt Peter. Er schaut sich die blaue Krawatte mit weißem Muster genauer an. Du hast doch schon so viele Krawatten, antwortet Uwe und verdreht die Augen. Peter sieht ihn an und lächelt. Ich habe aber noch keine blaue, sagt er und geht zur Kasse. Den ganzen Tag lang kauft Peter verschiedene Dinge, die er nicht braucht. Am Ende hat er sechs schwere Tüten in den Händen. Warum hast du nichts gekauft, fragt Peter neugierig. Uwe zieht die Schultern hoch. Ich habe einfach nichts gefunden, sagt er. In Wahrheit hat er 100 Euro mitgenommen. Damit wollte er etwas Schönes kaufen. Doch da ist etwas, das er mehr will als ein T-Shirt. Zu Hause nimmt Uwe die 100 Euro und schmeißt sie in sein Sparschwein. Das Geld passt aber nicht mehr rein, weil das Sparschwein voll ist. Aufgeregt öffnet er es und zählt das Geld. 100, 500, 2000, 5000, sagt er laut, während er zählt. Er hat 8500 Euro in seinem Sparschwein. Damit kann er sich bereits ein kleines, gebrauchtes Auto kaufen. Uwe ist aber geduldig. Er spart nämlich auf sein Traumauto. Das ist viel besser als eine blaue Krawatte. Er legt Geld beiseite, bis er sich das Auto endlich kaufen kann. In den sauren Apfel beißen. Da muss ich in den sauren Apfel beißen. Hast du diesen Satz schon mal gehört? Das Sprichwort wird in Deutschland oft verwendet. Wir verwenden es, wenn wir etwas Unangenehmes tun müssen. Wir wollen es nicht, aber es ist notwendig. Hier ist ein Beispiel. Raphael hat den ganzen Nachmittag in der Küche gestanden. In wenigen Tagen ist Weihnachten und er hat seinen Eltern versprochen, dass er sich dieses Jahr um die Weihnachtskekse kümmert. Er rührt den Teig zusammen und schiebt die Kekse dann in den Ofen. Nun muss er warten, bis sie fertig sind. Er geht in sein Zimmer und spielt am Computer. Plötzlich riecht er etwas Verbranntes. Oh nein, die Kekse! Raphael rennt in die Küche, doch es ist zu spät. Die Kekse sind alle schwarz und verbrannt. So ein Mist. Aber ich habe meinen Eltern versprochen, dass ich mich um die Kekse kümmere. Ich muss in den sauren Apfel beißen und neue Kekse backen. Urlaub in Griechenland Als Lena ein Kind war, ist sie mit ihren Eltern immer nach Griechenland geflogen. An die Urlaube hat sie sehr schöne Erinnerungen. Das Essen war immer sehr lecker, die weißen Häuser so schön und die Menschen freundlich. Deshalb will sie unbedingt wieder nach Griechenland und hat mit ihren zwei besten Freundinnen einen Urlaub gebucht. Am Sonntag in der Früh geht es los. Lenas Freundinnen Elisabeth und Marie haben schlechte Laune, weil es noch sehr früh ist. Aber Lena ist glücklich und möchte schon in Santorin sein. Santorin ist eine Insel, die durch Vulkane entstanden ist. Lena war noch nie dort, deshalb freut sie sich sehr. Der Flug ist kurz. Lena und ihre Freundinnen sind erstaunt, als sie ankommen. Die Stadt ist so schön. Die Hauptstadt Santorin sieht aus wie eine typische griechische Stadt. Die Wände der Häuser sind weiß und die Fenster sind blau. Der Ausblick ist aber einzigartig. Santorin liegt auf einem Berg in der Mitte der Insel. Auf allen Seiten sieht man das blaue Meer. Die Freundinnen bleiben aber nicht in der Hauptstadt, sondern fahren in ein Dorf, das am Strand liegt. Als sie ankommen, sind sie wieder erstaunt. Der Sand ist sehr dunkel. Das haben sie schon vorher gewusst. Das ist wegen des Vulkans. Trotzdem sind sie überrascht. Der Strand sieht so schön aus. Nachdem sie beim Hotel waren, gehen sie als erstes zu einem Restaurant. Lena bestellt sich Moussaka und alle sind begeistert vom Essen. In den nächsten Tagen machen sie lustige Ausflüge. Sie gehen im schönen Meer schwimmen und essen das beste griechische Essen. Griechenland ist genau so, wie es Lena in Erinnerung hatte. Alle sind glücklich. Fährst du alleine? Annika freut sich auf ihren Urlaub. Vor einem halben Jahr kam sie aus ihrem Auslandssemester in Südafrika zurück. Ihre besten Freundinnen in Afrika waren Mexikanerinnen und jetzt fliegt sie zu ihnen. Am Flughafen in München gibt sie ihr Gepäck auf. Da sie über die USA fliegt, kontrolliert ein Amerikaner ihren Pass. Sie fahren allein nach Mexiko? fragt er nach. Ich bin jetzt allein, aber ich treffe mich dort mit mexikanischen Freundinnen. Er schaut geschockt. Woher kennen sie die Mexikanerinnen? Annika ist nervös. Ist das ein Verhör? Aus Südafrika. Er hat die Augenbrauen gehoben und ihr nicht geglaubt. Was dachte er? Dass Annika Drogen schmuggeln will? Aha! Wieso waren sie in Südafrika? hat er mit eiskalter Stimme gefragt. Annika wollte weinen. Ich habe dort studiert, hat sie erklärt. Der Mann war mit ihren Antworten nicht zufrieden. Aha! Und kommen sie heute direkt von Salzburg nach München angereist? Sie war glücklich, Sie war glücklich, dass der Mann endlich das Thema gewechselt hatte. Nein, ich habe vorher bei einem Freund übernachtet, der hier in München wohnt. Der Mann hat noch immer auf ihren Pass geschaut. Aha! Und woher kennen Sie diesen Freund? Annika hat schnell geantwortet. Ich kenne ihn auch aus Südafrika. Sofort wusste sie, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Aha! Und Sie sind sich sicher, dass er Ihnen keine Drogen in ihr Gepäck gegeben hat? Mit offenem Mund hat Annika den Mann angestarrt. Dieses Gespräch würde noch lang dauern. Im Endeffekt stand sie über 10 Minuten bei dem US-Amerikaner. Am Ende durfte sie aber allein nach Mexiko fliegen. Der Urlaub beginnt abenteuerlich. Spurlos verschwunden Elisa putzt gerade die Küche, als ihre Tochter Bianca ins Wohnzimmer kommt. Mama, Mama! ruft sie aufgeregt. Niki ist verschwunden! Elisa hört sofort auf zu putzen. Ihre zweite Tochter ist verschwunden? Das hört sich gar nicht gut an. Als erstes gehen sie gemeinsam in den Garten. Dort ist Niki nicht zu sehen. Ihr Rad steht wie immer auf der Terrasse. Dann gehen Mutter Elisa und Tochter Bianca zurück in das Haus. Sie suchen Niki in der Küche, im Wohnzimmer, in ihrem Schlafzimmer, im Badezimmer, im Keller und im Dachboden. Aber sie können sie nirgends finden. Sie ist wirklich spurlos verschwunden. Jetzt wird Elisa sehr nervös und macht sich Sorgen, dass Niki etwas passiert ist. Sie ruft bei den Nachbarn an, aber niemand hat sie gesehen. Zusammen gehen Mutter und Tochter auf die Straße. Niki, Niki, rufen sie, aber das Mädchen antwortet nicht. Bevor sie die Polizei anruft, ruft Elisa bei ihrem Mann an. Hallo, Schatz, sagt sie mit großer Sorge. Es gibt ein Problem. Niki ist spurlos verschwunden. Ihr Mann lacht laut. Was meinst du mit Niki ist verschwunden? Sie steht direkt neben mir. Elisa ist verwirrt. Ihr Mann erklärt ihr, dass er früher nach Hause gekommen ist und Niki zum Einkaufen mitgenommen hat. Bianca stand neben ihnen, als er Niki abgeholt hat. Bianca, sagte Elisa, weißt du denn nicht mehr, dass dein Papa Niki abgeholt hat? Das Mädchen dachte lange nach. Ich habe mir gedacht, dass das gestern war, antwortete sie. Jetzt muss die Mama lachen. So viel Drama wegen nichts. Nichts läuft wie geplant. Wo ist der Fotograf? schreit Daniel. Er nimmt das Telefon und ruft ihn an. Der Fotograf antwortet nicht. Heute läuft alles schief. Nichts funktioniert. Das ist der schönste Tag meines Lebens, fragt Daniel. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe so viel Stress. Er setzt sich auf einen harten Stuhl. Kevin klopft ihm auf die Schulter. Keine Sorge, sagt er. Der Fotograf kommt bestimmt gleich. Beide Männer wissen, dass Kevin lügt. Der Fotograf kommt nicht mehr. Die Hochzeit fängt bald an. Daniel steht vorne in der Kirche. Ohne Krawatte, weil die Krawatte am Vormittag in den Kamin fiel und das Feuer sie verbrannt hat. Die Musik beginnt und Christine geht langsam zu Daniel. Sie sieht wunderschön aus in dem weißen Kleid. Plötzlich stolpert sie und fällt um. Ihr Vater hilft ihr. Christines Kopf ist rot, weil sie sich schämt. Der Pfarrer liest aus der Bibel vor. In diesem Moment schreit ein Baby und muss sich übergeben. Alle hören es. Daniel ist wütend. Warum läuft heute nichts wie geplant? Er sieht seine Braut an. Auch sie ist gestresst. Heute beginnt unsere Ehe. Es soll ein schöner Tag werden, denkt Daniel. Du darfst die Braut küssen, sagt der Pfarrer. Daniel küsst Christine. Plötzlich hören alle ein lautes Geräusch. Ein Rohr im Boden ist kaputt und Wasser spritzt auf die Gäste. Alle müssen schnell aus der Kirche raus. Daniel ist frustriert. Sie gehen zum Fluss und setzen sich auf die Wiese. Es tut mir leid, Christine. Ich will, dass dieser Tag schön ist. Es ist aber alles schief gelaufen, sagt er. Christine ist ruhig. Sie schaut Daniel tief in die Augen. Dieser Tag ist schön. Ich liebe dich, sagt sie. Daniel ist erstaunt. Auch er wird ruhig. Ich habe dich und das ist das Wichtigste, sagt Christine und küsst Daniel. Kevin kommt und fragt, fahren wir zu meinem Bauernhof? Ich habe genug Platz für alle Gäste. Dort können wir eure Liebe feiern. Daniel und Christine lächeln. Es wird doch noch ein schöner Tag. Welches Auto? Martin hat ein Problem. Er hat letztes Jahr seine Ausbildung beendet und arbeitet jetzt in einer kleinen Firma. Aber sein Arbeitsweg ist sehr lang. Jeden Tag muss er 45 Minuten mit dem Fahrrad fahren. Im Sommer ist das kein Problem. Das Wetter ist schön und er kann die Sonne genießen. Aber im Winter ist die Fahrt sehr anstrengend. Deswegen möchte er jetzt etwas ändern. Martin will sich ein Auto kaufen. Aber welches Modell ist das Beste? Martin kennt sich nicht sehr gut mit Autos aus. Deswegen fragt er seinen Freund Michael. Hallo Michael, kannst du mir helfen? Ich will mir ein Auto kaufen, aber ich weiß nicht, was für eines. Wozu brauchst du das Auto denn? Fragt Michael. Ich will damit an die Arbeit fahren und auch ab und zu in den Urlaub oder zu meiner Oma. Michael überlegt. Kauf dir einen VW Golf. So ein Auto ist nicht so teuer und verbraucht nur wenig Benzin. Es passen fünf Personen in das Auto und du hast genug Platz für Gepäck. Ich habe selber seit vielen Jahren einen Golf und bin sehr zufrieden. Martin ist überzeugt. Er geht ins Autohaus und kauft sich einen roten VW Golf. Und bist du zufrieden mit deinem neuen Wagen? Fragt Michael. Martin nickt. Endlich kann ich auch im Winter schnell und einfach zur Arbeit fahren. So ein Auto ist schon toll. Aber wenn das Wetter gut ist, dann fahre ich trotzdem weiterhin mit dem Fahrrad. Endlich 나온 das Auto ist alleszweif. Die Sterne leuchten hell und der Himmel ist zu dunkel Schau wie sensationell die Sterne heute funkeln Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß Ich will für immer bei dir sein Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest Du flüsterst meinen Namen an Ich will, dass du mich nie verlässt Wir schauen raus am nächsten Morgen Und wir sehen die Sonne aufgehen Bei dir fühle ich mich geborgen Ich will nie wieder aufstehen Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß Ich will für immer bei dir sein Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest Du flüsterst meinen Namen an Ich will, dass du mich nie verlässt Oh 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 auf der Wiese und trinken beide ein Glas Wein. Ich spüre eine leichte Brise und weiß, es könnte nicht schöner sein. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß, ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst aus meinem Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Ich habe so viel zu tun. Klaus ist gestresst. Am Freitag hat er eine Prüfung und muss noch viel lernen. Ich habe so viel zu tun, erklärt er seinem Mitbewohner. Am Sonntag macht er einen Plan, was er an jedem Tag lernen und machen muss. Dann bleibt er bis zwei Uhr in der Früh auf, weil er am Computer spielt. Am Montag muss er deswegen lange schlafen und als erstes gut frühstücken. Dann räumt er sein Zimmer auf, putzt die Küche und das Bad. Huch, jetzt ist der ganze Tag vorbei. Am Dienstag sieht Klaus, dass seine liebste Netflix-Serie neue Folgen hat. Die muss er sich gleich anschauen. Dann druckt er sich alles aus, was er zum Lernen braucht. Und dann war auch schon wieder der ganze Tag vorbei. Am Mittwoch in der Früh schreibt ihm eine Freundin eine WhatsApp-Nachricht. Magst du heute mit mir Abend essen? fragt sie ihn. Tut mir leid, ich habe gerade so viel zu tun. Ich habe übermorgen eine Prüfung, schreibt Klaus zurück. Er denkt sich, jetzt fange ich aber wirklich an. Mit viel Motivation setzt er sich an den Schreibtisch und nimmt das Buch in die Hand. Nach zehn Minuten sieht er, dass es schon zwölf Uhr ist und er jetzt essen muss. Er geht in die Küche und kocht sich Spaghetti mit Gemüsesoße. Sein Mitbewohner ist mit ihm. Ich habe mir gedacht, du musst lernen, fragt er Klaus. Ich muss auch, sagt er ihm. Hungrig kann ich aber nicht lernen. Der Mitbewohner lacht laut. Irgendwie ist immer die ganze Wohnung sehr sauber, wenn du viel zu tun hast. Was ist eine Verbraucherzentrale? Fred, Lola und Melanie sitzen in einem kleinen Café und genießen ihre Getränke. Sie treffen sich jede Woche am Freitag um 16 Uhr hier und trinken gemeinsam Kaffee, essen leckeren Kuchen und reden über ihr Leben. Gefällt euch mein neues Kleid? Fragt Lola und steht auf. Sie dreht sich im Kreis und setzt sich wieder auf ihren Stuhl. Es passt dir sehr gut, sagt Fred. Melanie stimmt zu. Ich habe mir auch ein Kleid bestellt, aber es ist nie angekommen, erzählt sie. Fred zieht die Augenbrauen hoch. Was meinst du? Melanie erklärt, ich habe mir bei der Firma Marienmüller ein wunderschönes blaues Kleid bestellt. Ich habe es bezahlt und eine E-Mail von der Firma bekommen. Darin steht, dass die Post das Paket am 4. Juli bringt. Heute ist bereits der 15. August und das Kleid ist immer noch nicht da. Das ist aber nicht okay, sagt Fred. Hast du die Firma angerufen? Fragt er. Melanie nickt. Ja, ich habe angerufen. Die Frau der Firma Marienmüller war sehr unfreundlich. Sie sagt, dass ich nicht bei Marienmüller bestellt habe und dass ich lüge. Ich habe aber bereits bezahlt. Das sehe ich auf meinem Bankkonto. Melanies Freunde sind schockiert. Hast du auch bei der Verbraucherzentrale angerufen? Fragt Lola. Melanie ist verwirrt. Was ist denn eine Verbraucherzentrale? Fragt sie. Lola erklärt, dass diese Organisation ihr helfen kann. Dort bekommt man Hilfe, wenn man ein Problem mit einem Unternehmen hat. Sie schützt die Verbraucher, also die Menschen, die etwas von Firmen kaufen. Interessant, sagt Melanie. Ich glaube, dort rufe ich morgen gleich an. Sie trinkt einen Schluck Kaffee und ist voll Hoffnung, dass sie ihr Geld wieder zurückbekommt. Pfandflaschen. Dominik geht gerne am Strand spazieren. Vor drei Jahren ist er nach Portugal gezogen, weil er die Sonne und das Meer liebt. Jeden Morgen nach dem Frühstück macht er sich auf den Weg zum Wasser. Auch heute geht er am Sandstrand spazieren und genießt den kühlen Wind, das glitzernde Wasser und die Möwen, die über seinem Kopf fliegen. Heute hat Dominik nichts vor. Darum geht er länger spazieren. Er spaziert an einem Hotel vorbei. Hier liegen Menschen im Sand, die Urlaub machen. Plötzlich entdeckt er ein Stück Strand, das voll Müll ist. Er kann es kaum glauben. Überall liegen Plastikflaschen, Dosen und Tüten. Wieso räumt hier niemand auf, denkt Dominik. Er sieht eine Schildkröte, die in Plastikringen von Dosen gefangen ist. Dominik weiß, dass er etwas tun muss. Er hilft der Schildkröte und legt sie wieder ins Wasser. Dann geht er nach Hause und holt seine Handschuhe. Er geht zum Strand zurück und beginnt die Flaschen einzusammeln. Er hebt jedes Stück Plastik auf und wirft es in den Sack, den er in der Hand hat. Nach einer halben Stunde ist der Sack voll. Dominik geht zum Supermarkt. Dort gibt es eine Maschine, wo man die Flaschen zurückgeben kann. Jeder, der die Pfandflaschen im Supermarkt kauft, zahlt einen Pfand. Eine normale Flasche Wasser kostet einen Euro. Eine Pfandflasche Wasser aber kostet 1,25 Euro. Wenn man die leere Flasche dann wieder zurückbringt, bekommt man die 25 Euro Pfand zurück. Das hilft der Umwelt, weil die Pfandflaschen recycelt werden. Dominik weiß das und bekommt für den Sack voll Flaschen 3,75 Euro. Aufgeregt geht er zum Strand zurück und sammelt alle restlichen Flaschen ein. Am Ende des Tages ist er erschöpft, aber glücklich. Der ganze Strand ist wieder sauber und Dominik hat auch etwas Geld verdient. Altersheim. Leon arbeitet schon seit drei Jahren im Altersheim und sein Job ist nicht leicht. Er muss immer lang arbeiten und manchmal auch in der Nacht. Er pflegt die alten Leute. Er redet mit ihnen und hilft ihnen beim Gehen oder Essen. Manchmal muss er sie auch duschen oder hochheben, weil sie sich nicht mehr bewegen können. Deswegen braucht er viele Muskeln und ist nach dem Arbeiten immer sehr müde. Hin und wieder sterben Menschen. Dann ist Leon traurig. Oft hat er aber auch Spaß. Eine Dame namens Ingrid hat er besonders gern. Sie erzählt ihm immer lustige Geschichten aus ihrer Jugend. Sie war in vielen Ländern und hat viele Abenteuer gehabt. Sie hat früher in Indien gelebt. Ihre Geschichten sind immer sehr spannend. Leon mag es auch, mit den alten Menschen spazieren zu gehen. Sie freuen sich immer sehr über die Natur. Und manchmal haben sie eine Party. Sein Herz wird warm, wenn die Bewohner des Altersheims tanzen. Der schönste Moment für Leon, wenn er einen Witz macht und die alten Leute darüber lachen. Erster Kuss Clara ist aufgeregt. Seit sieben Monaten ist sie Single. Davor war sie sechs Jahre in einer Beziehung. Das Date ist für sie deshalb schwierig. Heute hat sie aber schon das dritte Date mit einem Mann. Clara ist sich nicht sicher, ob Oliver sie wirklich mag. Er stellt immer viele Fragen, aber er macht ihr kein Kompliment. Und sie haben sich noch nicht einmal geküsst. Gut, auch Clara hat es nicht versucht. Sie weiß nicht mehr, wie man so etwas macht. Mit ihrem Exfreund war das alles leicht. Aber wie küsst man einen Mann zum ersten Mal? Oliver und Clara treffen sich in einem mexikanischen Restaurant. Zur Begrüßung umarmen sie sich und sie ist so nervös, wie noch nie. Er schaut hübsch aus und mit seiner Brille wirkt er sehr intelligent. Sie setzen sich in den Innenhof. Dort stehen viele Kerzen und es gibt nur zwei andere Tische. Sie reden, essen und lachen. Irgendwann sind sie allein im Innenhof. Die Zeit mit Oliver geht immer so schnell vorbei. Ihre Gespräche werden immer intensiver. Dann sind sie sich auf einmal ganz nah. Clara ist schüchtern, aber sie nimmt ihren ganzen Mut zusammen. Sie schaut ihm tief in die Augen und lehnt sich zu ihm. Dann küsst er sie endlich. Das war Claras erster Kuss seit fast sieben Jahren. Sie hat im Bauch Schmetterlinge. Jetzt ist sie sich sicher, dass Oliver sie auch mag. Sollen wir noch spazieren gehen? fragt sie ihn. Er lächelt und stimmt zu. Sie bezahlen ihre Rechnung und gehen dann Hand in Hand aus dem Restaurant. Etwas um jeden Preis tun Dieses Sprichwort wird sehr oft genutzt. Wir verwenden etwas um jeden Preis tun, wenn wir unbedingt etwas schaffen müssen. Es ist egal, wie anstrengend oder schwierig es ist. So kannst du das Sprichwort verwenden. Axel ist Feuerwehrmann. Gerade hat er einen wichtigen Einsatz. Ein Waldstück hat angefangen zu brennen. Sie müssen das Feuer schnell löschen. Er setzt sich in das Feuerwehrauto und fährt mit seinen Kollegen zu dem Brand. Direkt neben dem Wald steht ein Krankenhaus. Viele der Patienten können nicht laufen. Es dauert sehr lange, bis alle in Sicherheit gebracht sind. Das Feuer ist mittlerweile nicht mehr weit entfernt. Axel sagt zu seinen Kollegen, dort in dem Krankenhaus sind noch immer sehr viele Menschen. Sie sind in großer Gefahr und können das Krankenhaus nicht schnell genug verlassen. Wir müssen um jeden Preis verhindern, da sich das Feuer bis dorthin ausbreitet. An der Hotelrezeption. Lisas Job ist wirklich abwechslungsreich. Die arbeitet in dem Hotel einer großen Kette an der Rezeption. Dabei hat sie sich um viele verschiedene Aufgaben zu kümmern. Sie kümmert sich vor allem um die ankommenden Gäste. Gerade betritt eine Familie mit drei Kindern das Hotel. Lisa kümmert sich um das Einchecken und gibt den Gästen ihre Schlüssel. Sie erklärt den Eltern außerdem, wo sie den Spielplatz für die Kinder finden. Für die drei kleinen Kinder holt sie ein paar Bonbons. Sie freuen sich sehr darüber. Es ist wichtig, dass die Kunden zufrieden sind. Die Familie geht gut gelaunt zu ihren Zimmern. Doch Lisa hat keine Zeit, um sich auszuruhen. Der nächste Gast steht bereits an der Rezeption. Hallo, ich möchte mich beschweren, sagt er. Sein Zimmer wurde nicht wie gewünscht gereinigt. Das tut mir wirklich leid. Ich werde sofort jemanden nach oben schicken. Dann wird das Zimmer noch einmal ordentlich gereinigt, antwortet Lisa. Sie bietet ihm als Entschädigung ein kostenloses Getränk an der Bar an. Der Gast ist zufrieden und setzt sich an die Bar. Der Job von Lisa ist sehr wichtig. Sie sorgt dafür, dass alles im Hotel gut läuft. Das ist nicht immer einfach. Aber die Arbeit macht ihr sehr viel Spaß. Oft bedanken sich die Gäste bei ihr für den tollen Service. Einige geben ihr sogar Trinkgeld. Dann freut sich Lisa. So weiß sie, dass sie ihren Job gut gemacht hat. Außerdem lernt sie so viele neue Leute kennen. Mit einigen Gästen ist Lisa richtig gut befreundet. Der Job an der Hotelrezeption ist wirklich zu empfehlen. Hallo, ich heiße Magdalena. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Polen ursprünglich. Ich bin als Kleinkind mit drei Jahren mit meinen Eltern hierher gekommen. Ich bin Studentin und wohne in einer Wohngemeinschaft, wo viel gekocht wird. Das gefällt mir gar nicht. Kochen oder Backen ist nichts für mich. Leider habe ich bisher nur Nudeln gekocht, denn ich bin eine Niete am Herd. In einer WG wohnen ist nicht immer einfach. Natürlich spart man Kohle bei der Miete, aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel in der Küche steht ständig schmutziges Geschirr herum und auf dem Tisch stapeln sich alte Pizzakartons. Es ekelt mich, dort essen zu müssen. Da mich das Geschirr wohl am meisten stört und ich es deshalb immer abwasche, fühle ich mich von meinen Kollegen ausgenutzt. Das einzig Gute in dieser WG ist, wir machen jedes Wochenende eine große Party. Das finde ich toll. Deutsch lernen durch Hören Das ist ein WG ist, wir machen jedes Wochenende eine große Party.